Friedrich Schiller Der Handschuh Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, aufthut sich der weite Zwinger, und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und zieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behennend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif, und recget die Zunge und dem Kreise scheu, umgeht er den Loi, grimmig schnurrend, darauf streckt er sich murrend zur Seite nieder. Und der König winkt wieder, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal heraus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier, da packt sie mit seinem cremigen Tatzen, und der Loi mit Gebrüll richtet sich auf, da wird still, und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die gräulichen Katzen. Da fällt von des Alterns Rand ein Handschuh, von schöner Hand, zwischen den Tiger und den Neuen, mitten hinein. Und zu Ritter Delorges, spottender Weiß, wendet sich Fräulein Kunigund. »Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr's mir schwört, zu jeder Stunde? Ei, so hebt mir den Handschuh auf!« Und der Ritter in schnellem Lauf steigt hinab in den furchtbaren Zwinger, mit festem Schritte, und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehens die Ritter und Edelfrauen, und gelassen bringt er den Handschuh zurück, da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde, und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht, »den Dank, Dame, begehe ich nicht«, und verlässt sie zur selben Stunde.